Seht ihn euch an, Herr Aref Sachs, jeden Mann, der eines hat, versagt, so ohne Hand. Die Erfindung, mit der ihn dann der Durchbruchte nahm, und jetzt fängt die Geschichte an. Oder noch größer, noch vieler, als die Noah Sachsephobe. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist so schön.